hallo und herzlich willkommen zu einem neuen guide zur ww-legion ich möchte euch heute mal zeigen wie ihr die teufelsgebundene truhe bekommt diese benötigt ihr für den erfolg erst schießen dann plündern diesen findet ihr unter erkunden legion entdeckt die verborgenen schätze von argus ihr begebt euch in die antorische ödnis zur koordinate 51 30 das ist hier so ein felsvorsprung ja dann schaut ihr hier runter und ihr seht hier unten auch schon diesen edelstein glitzern ihr benötigt die winnika matrix fähigkeit urteil des lichtes ja und kommen die klassen die nicht kleiden können oder fliegen ja dann springt ihr hier einfach runter und kleidet wie gehabt hier zu diesem steinhaufen und benutzt dann die matrix fähigkeit wie gesagt hier das urteil des lichtes einfach hier auf den steinhaufen drauf dann müsste diese auch gleich verschwinden und ihr habt zugang zu der höhle und hier ist auch dann direkt die teufelsgebundene truhe ja das war es schon wieder ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen ich wünsche euch viel spaß und erfolg bis zum nächsten mal tschau